So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmmanager 2018. Wir sind immer noch voll in der Ernte. Hier können wir zum Beispiel gerade Himbeeren ernten. Hier hinten müssten rote Paprika fertig geworden sein. Arbeiten. So, Kürbisse wurden auch geerntet. Muss man ganz kurz schauen. Kürbis habe ich nicht bei mir im Lager mehr. Hat er die hier hinter gebracht? Ja. Elf Tonnen. Okay. Gucken wir mal. Habe ich die Kürbisse im Autohandel? Ja. 44.000 letzten Kürbisse da. Nochmal 44.000. Hui. Okay. Kürbisse bringen ja mal richtig. Ja, kann wieder einen Arbeiter nicht finden. Yannick. Yannick Horn. Yannick Horn da. Yannick Horn, da bist du. Du bekommst ein Paket. Kürbisse. Yannick Horn. Yannick Horn. hinbekommen. Aber ich könnte hier hinten noch ein Feld anlegen. So. Und da gehen wir auch nochmal drüber. Pflügen und so weiter und so fort. Wir machen mal schneller. Hier. Die ersten zwei Jahre alten Weinen. Oh, Insekten. Ups. Automatisch Mittel gegen Insekten. Arbeiten. Okay. Richtig viele Leute jetzt hier auf unserem Himbeerfeld. So, weiter geht's. Kruppern mit Maschine. Äh, Quatsch. Doch, Kruppern. Also aktuell haben die in der Saison richtig zu tun, meine Leute. da. Ich glaube wirklich zu viele kleine Felder mittlerweile. Oh, hier hinten ist auch schon wieder Ernte angesagt. Oh, hier hinten ist auch schon wieder Ernte angesagt. Gut. Gut. Äh, diesmal würde ich sagen, Ernte von Hand arbeiten. Ich habe genug Arbeiter da. Ah, die zwei Weinenfelder weiss ich nicht genau. Fruchtbarkeit, die sind echt nicht so dolle. Ich entferne das mal. Ja. Den auch. Jawohl. So. Quatsch. Ein Feld. Fahm. Sehmaschine für Getreide. Vergesssleute. Deine Tiere sind krank. Was? Okay, ähm, Tierarzt rufen. Düngern. Erstmal Mist. Mit Maschine. Miststreuer. Ja, automatisch arbeiten. So. Da hätten wir ein ordentliches Weinfeld. Und noch ein ordentliches Machen wir hier eine schöne Straße hin. Mist ist hier schon drauf, jetzt. Dann würde ich sagen, hier mit Maschine, Traktor, Flug, Automatisch arbeiten. Das hier an unsere neuen Weinfelder. Da werde ich jetzt dafür hier hinten sogar noch ein kleines Lager bauen. So. Die hier drüben kommen auch weg. Oh, hier können wir ernten. Automatisch. Zack. Vogelscheuche. Ähm, Vogelscheuche. Wir werden uns auf drei Weinsorten beschränken. Wir werden uns auf drei Weinsorten beschränken. Wir werden uns auf drei Weinsorten beschränken. Es wird Herbst. Feuchtigkeit. Da machen wir mal Dings drauf. Dann würde ich sagen. Bier pflanzt. Kürbisse. Kaufen. Ach nee, Kürbisse sind ja erst nächstes Jahr dann dran. Na egal. Hier kommt ein Beregnungssystem drauf. Düngung. Mist mit Maschine. Miststreuer. Mädel, du bist die beste Traktorfahrerin, die wir haben. Eben. Eventuell stellen wir mal noch einen Traktoristen ein. Ach, der wohnt hier hinten. Ähm. Okay. So, damit haben wir dann schon mal Mist. Mist ist noch nicht komplett drauf. So, wir wollen Riesling. Riesling kaufen wir. So, hier wird mit Maschine erst mal gepflügt. Arbeiten. Hier können wir Ernte machen. Automatisch arbeiten. Da, 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 da. Wir haben November. Ich hoffe, wir kriegen die Bäumchen, äh, die, die Weindinger hier alle hin. In unserer Zeit. Äpfel geerntet. Sehr schön. So, Pflanzen. Riesling mit Maschine. Mit Maschine Traktor. Pflanzmaschine automatisch arbeiten. Äpfel. Gucken wir mal, die müssten normalerweise automatisch verkauft werden. Wein. Machen wir ein bisschen über. So, zack, zack, zack. Neue Setzlinge. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Jetzt bringt er die erst mal wieder zurück, äh reparieren, 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 kann ich nicht, so komm, Maschine, Traktor, auswählen, wir haben echt nicht viel Zeit bevor der Winter kommt, Wetteralarm, niedrige Temperatur, Bodenqualität, und schützt. Zum. Da 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 Wo sind Nachfrager? Verkaufe 6 Schafe Vergesst es, was soll ich mit Schafen? So, Riesling Riesling, da mach ich hier hinten wieder schade Nee So Beregnungssystem Maschine ist kaputt Ok Reparieren lassen Personen, die an der Maschine arbeiten Ernsthaft Wer da richtig dran gearbeitet? Wartung Reparieren So Komm Lieber Traktor Pause Okay Okay, der schaut mal drunter Und da geht der Traktor ganz Äh, wird ja repariert Sehr schön Entschuldigung Entschuldigung Das war kein Lachen oder so Der steht nämlich in der Erde Schwebehöhe Schwebehöhe Vielleicht nicht richtig angepasst Das ist Das ist das Das ist das Lange Ich glaube Ich kaufe einfach noch ein Traktor Das ist das Traktor Kaufen Parkplatz 2 So Komm Zeig mir, dass der Traktor Angekommen ist So Ähm Düngern Mist Maschine Traktor Mist Maschine Miststreuer Automatisch Vervollständigen Arbeiten Wart Wartung So Dünger drauf hier will ich Chardonnay deshalb zack aussehen das muss jetzt noch kurz vorm Winter passieren hier kommt der lkw auswählen schade nähe mit maschine traktor 2 automatisch vollständigen arbeiten los alles noch vorm dezember äpfel kürbis ein halbes kilo wartung läuft hier noch gibt es irgendwie eine art werkstatt hier zum bauen schlachthof mühler kürbis 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 Das kann weg, der kann weg, der kann weg, stattdessen ein großes Feld, das mit der Maschine gepflügt wird, Wasser bekommt, und ja, mal schauen, was noch passiert. Oh, ich beende mal die Folge, tschüss und schau, bis zum nächsten Mal, bye bye.